also irgendwas ist hier in diesem raum glaube ich von da komme ich ich muss mal gucken wie ich das rätsel lösen kann ich habe gar keine lust jetzt kriege ich langsam wirklich ein bisschen angst gebe ich zu baha und nö und nö war nur ein schatten aber was muss ich mir denn da hinten waren ja so kerzen vielleicht können wir die jungen wo einstecken da ich habe ne idee die holt ich mache mich jetzt an dass jemand ein bisschen mehr sehen könnt ich muss die gamma noch ein bisschen höher stellen glaube es ist für euch zu tun für mich ist es gut in aufnahme für euch ist wahrscheinlich zu dunkel so die die kerze nehme ich mal mit ich glaube ich kann die da hinten einsetzen dann schauen wir mal an aha es klappt so jetzt kann ich drehen okay es ist jetzt in der sache kann ich das jetzt bedienen was muss ich tun schon sagen hier komme ich doch in die neuen werden hier komme ich doch noch nicht durch ah nicht schon wieder ein teddybär okay kann ich nicht so hochheben okay so gibt es jetzt hier noch irgendwas was wir mitnehmen können so kerzenhalter welches zeugs du hast hier irgendwelche zusammengelegten hemden das tue schon hier auch was muss ich machen muss ich hier vielleicht irgendwie irgendwo hingehen was hier kann ich irgendwo dieses feuer nehmen ich gucke mal ganz kurz ne also irgendwas ist ja auf jeden Fall irgendein Vieh macht irgendeine Kraft aber nicht mein kann ich irgendwie anzünden oder so aber mir fehlt glaube ich in Amnesia 2 so ein bisschen mein Inventar wo ich meine Items habe jetzt haben wir mich hier nicht gut ich geh nochmal woanders hin ich renne da jetzt einfach mal hin duptidu hm das halt immer so am Blind LP ist dass man nicht weiß was man machen muss da ich mal nicht so gut in solchen Sachen bin macht es sich manchmal schlecht kann ich vielleicht irgendwie ich frage mich ob ich irgendwo Feuer mitnehmen kann ich komme wieder runter vielleicht kann man da unten jetzt was freischalten oder so vielleicht gibt es hier noch irgendwas zum mitnehmen zum irgendwo einsetzen oder so ja hier kann man nur wieder hier hoch oder das ist ein anderer Raum hier kommen wir nur hier wieder hier rein in den Vorraum wir können hier hinten noch lang hier nicht hier sind wir von hoch gekommen boah oh mein Gott hab ich es jetzt auf jetzt ist er jetzt auf volle Lautstärke spiel das ich mal so laut ich bin nicht da ich hab mich gerade gefragt wie ich mein Gesicht so ausgesehen mit Facecam ja ok hier kommt man nicht durch ok ich hab gerade kein Plan mehr was wir hier machen sollen ne wir gehen mal wieder in die Kirche irgendwas muss man da drinnen machen ich krieg auch gerade keine Hilfe was zur Hölle ey ist mir so spikt haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen müssen wir hier irgendein Item noch irgendwo finden das ist aber alles irgendwo nicht danach nicht danach aus hm what the fuck hm irgendwas muss man bestimmt machen liegt hier vielleicht auf den Bänken irgendwas irgendein Item ich geh mal hier lang komm mal schneller hier liegen ein paar Bücher rum vom Beten wahrscheinlich wo man immer die Texte findet ansonsten kenne ich mich nicht so gut aus ich besuche nur in jedem Urlaub eine Kirche irgendwie ansonsten siehts auch immer so geil aussehen buch 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 ich so lange jumpe hm vielleicht hier irgendwo noch was an der Seite oder so ich hab keinen Plan das ist halt immer so ein Problem kann ich irgendwas anklicken irgendetwas aufheben irgendetwas lesen irgendetwas benutzen kann ich irgendetwas machen außer hier drinnen irgendwie genau umzuzehren ist ja vielleicht ein Slot kann man irgendwo rein schieben reinstecken die Schaufel nehmen sieht nicht danach aus ich hab echt keinen Plan was wir noch machen sollen gerade scheint draußen Tag zu sein oder so hm ich werd mal gucken ich guck sonst gleich auf Screen nochmal aber was muss man denn hier machen dann hab ich irgendwas vergessen hm komm ich hier vielleicht irgendwann mal hoch oder so nein auch nischt geht mal da hinten hin wenn ich mach ich gleich mal einen Cut und guck mal nach auf Screen nochmal selber ich muss mal gucken irgendwie ob wir irgendwo weiterkommen weg ich werd sie nicht so viel Zeit verschwenden ich werd sie eine halbe Stunde rumrennen und nichts erreichen boah ich soll dabei nichts erreichen ne irgendwie macht ja keinen Sinn komm haben wir vielleicht hier irgendwas jetzt müssen wir ein ganz einfaches Rätsel aber ich sehe nichts was soll man da machen vielleicht können wir auch wieder aus der Kirche rausgehen ich versuche mal aus der Kirche rauszugehen vielleicht sind wir hier fertig ups da nicht nein ah scheiß Türen so ich probier wo war der wo war der verdammte Ausgang ich hab keinen Plan mehr wo war denn der Ausgang ey ich und der Orientierungssinn das ist so super wo ist der scheiß Ausgang hier oder ne es hat zu ach fuck jetzt müssen sie doch irgendwas mit seiner Kirche machen tja wenn ich nur wüsste was wir hier zu tun haben hm ich tja so was drin zerkloppen oder so kein Plan ich lauf gerade wo rum dann werde ich wohl mal offscreen oder so weiter suchen mal ein habe ich gerade schon abgesucht hier kann man nirgends wo durch da oben gab es nichts in der Kirche an sich naja ich mach mal hier kurz eine Speicherung gleich und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder also schauen wir beim nächsten Mal wie es weiter geht mit dem Amnesia im amnesia machine for pigs x